Der VDE Tech Summit ist eine ideale Gelegenheit, sich über den aktuellen Stand der Entwicklung auf dem Gebiet der Digitalisierung zu informieren. Momentan leben wir in einer Zeit, wo wir wirklich überall einen großen Wandel, ja wirklich eine Art Revolution haben auf dem Gebiet der Prozesssteuerung, der Medizintechnik und vielen anderen Gebieten. Und ich denke, der Tech Summit ist eine ideale Gelegenheit, sich hier konzentriert und kompakt sich drüber zu informieren, was die Entwicklungen sind. Und ich denke, es spricht alle an, sowohl Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung, aus den Firmen, von den Herstellern und von den Betreibern.